Hallo und willkommen zurück zu Skyrim und den Abenteuern von Shani, Zatani und Lydia. Zurzeit befinden wir uns auf Souls-Time, wo wir letzte Folge angefangen haben, hier eine Mine zu erkunden, auf der Suche nach den sterblichen Gebeinen eines Manne-Kickens, der hier wohl umgekommen ist. Ja, und dann machen wir weiter. Ja, und dann machen wir weiter. Well, das schreit nach einem Feuerspell. Aber erstmal, wenn wir hier noch weiter gucken. Wir sollen hier sogar weiter, okay. Jelly, okay. Ist leer, brauchst du nicht looten. So, wir werden da jetzt noch ein Feuerspell ausprobieren. Aber es kann sein, dass das hier nicht funktioniert, weil die so komischen Waben sind. Es kann auch sein, dass es was anderes ist, also nicht Eis. Okay. Ach, Quatsch. Weapons... Bogen... Wie hier der Wind durchpustet, dafür, dass das eine Mine ist... Sehr viel Feuer... Oh. Habt ihr meinen Pater da gesehen, ey? Wahnsinn. Alter, Falter hat er da gezuckt. Hahahaha. Huuh. Uuuuh. Uuuuh. Da steht ein Draugalord da oben. Uuuuh. Der kann uns wahrscheinlich vornhütten, wenn er einen Bogen hat. Oh, fuck. AAAAAAAH! 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 Oh, fuck. AAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAAA! Ich glaube, du musst es machen. Ich glaube, das ist ein perfekter Momentum. Schauts. Slow time. Ja, ja, ja. Um den zu verwenden. Uh, Nibu, Niswad. Wie der im slow time dodged, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Sollte Oh, alter Falter, alter Falterverwalter. Selbst unsere Bögen machen wir, uh, nicht genug Damage, äh, unser Bogen und Pfeil. Uh, was haben wir denn hier? Hidden behind Butterfall? Na, come on, das ist doch bloß ein Apprentice. Wir werden aber gleich nochmal wieder zurückgehen. Weil da noch mehr zum Erdicken war. So, und warte mal, ähm, wir können jetzt auch, glaub ich, ein Level-Up-Sicherheitshalber mal machen. Wir gehen weiter auf Heal. Und jetzt bei Illusion... Ach, Quatsch, bei Conjuration wollten wir da noch Punkte wieder reinstecken. Gucken, ob wir jetzt unseren Bogen wieder beschwören können. Ich glaub's zwar noch nicht. Oh doch, 76, top. Blood Skull Borough, ja, das ist ein anderer Ort, wo wir jetzt noch nicht hin müssen. Da guckt man auch von der anderen Seite aus herein. Wenn ich mich recht erinnere. Und ich sehe nichts, weil hier alles so dunkel ist. Aber da scheint ein Schalter zu sein da auf der anderen Seite. Achso, wir sollten vielleicht auch noch den Bogen ändern. Weil den, den wir da grad gefunden haben, der Elvenbow, der ist besser. Ja. Obwohl, wir können unseren Bogen jetzt wieder nehmen. Ja. Gucken wir mal, ob wir unser, unser Gewicht ein bisschen reduzieren können. Nope. Oh boy. Nein! Das hätte nicht sein müssen. Nope. Water Breathing. Man sieht gut aus. Man sieht gut aus. Man sieht gut aus. Vielen Dank. Ich will die Falle da nicht trägern. Ja, Pfeil in den Bogen. Witzig. Oh. Hm, natürlich. Nein. Wo ist der hingefallen? Scheiße. Ich hätte mal gucken sollen. Aufpassen sollen. Aber auf jeden Fall können wir jetzt hier runter gehen. Ah. Ice Spike. Können wir alle. Great. Das sieht mir hier so nach einem Geheimgang aus. Okay. Okay. Doumo. Doumo arigato gozaimasu. Achso, ja. Ja, das haben wir schon gesehen. Von da unten sind wir gekommen. Uh. Da könnte noch jemand rauskommen. Kommt aber keiner raus. Okay. Wo geht's hier hin? Ich seh nix. Es ist zu dunkel. Warte mal, wenn ich mich erinnere. Es gab irgendwo einen Torch. Der hat null gewogen. So, was sagt die Rüstung? Die waren besser als unsere, ne? Hm. Das eine? Also, ne, ne Pressure Plate. Uh. Well. Lydia. 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 Wir gucken uns erstmal hier nach hinten um, ok hier geht es eh nicht weiter, ist ja gut, oh, die Tür hat mir angefangen rot zu leuchten. Undecker souls, hmm. Kühner red, ok. Ah, da ist er. Gretaien's journal, blood skull, ooh blade, releases energy blasts with power attacks that deal 30 damage. Optional, read the 30th Reinsand received a letter from the East Empire company today. They say that some of the miners broken through the wall in a shaft three of Ravenrock mine and found some ruins. I hope this isn't another waste of time like that fiasco they sent me to in Cyrodiil. Um, I'll gather my assistant Milius and sail back to Ravenrock at first light. I'll be nice to see the old house in Solzheim again. Second seed. Finally arrived in Ravenrock and was surprised at the number of dark elf refugees living in town. They aren't really from mining stock but I think they'll make fine workers one day. Milius and I spent a good part of the day clearing the ash off the roof of my house. The damn volcano is still erupting almost day and night. If it wasn't for the ash covering everything, it would look beautiful. Milius and I are headed into the Ravenrock mine to have a look at whatever it is the miners uncovered. I think I'll stop by the old swing, oops, wrong side, and scoop and pick up a few supplies before we head down. Couldn't hurt to be prepared. Looked like the miners broke right through the wall of an old Nordic burrow. I've seen this sort of thing in Skyrim before. Damnnords have burrows dotting the landscape and almost none of them are ever marked on any maps. Looks like this burrow belongs to something called the Bloodskull clan. I'm going to take some rubbings of the inscriptions on the tombs and see if I can't learn some more information from my history books. Second seed. 10th second seed. It's been a few days and I can't find even a single mention of this clan anywhere. Milius and I decided to proceed ahead. We come to a drop down point, but I can see a massive chamber below. Took the better part of a day to lower everything down and then climb down the almost sheer drop. 11th of second seed. It has been an astonishing day of discovery. After exploring the large chamber beyond the drop of ice started to find the strangest weapon I've ever laid upon. I ever laid ice upon sitting on a pedestal of sorts. The blade appears to be flawless and it's emitting a faint shilling glow. Bits of the parchment I found about the chamber seem all to call this the Bloodskull blade. Not certain if I should remove it yet. I think I sleep on it. 12th. 12th? On second seed. I've decided against my own better judgment to remove the Bloodskull blade from its pedestal miller seem completely against it. But we need to bring this wondrous artifact with us. When we find a way out of the barrel. I should have listened to Milius. The moment the blade was lifted we were set upon by Draugr. Milius fought bravely, but he fell. I was able to destroy the remaining ones, but I was badly wounded. I can barely stand. My only chance would be finding a way out of this place, but I feel that I'm trapped. 14th? Question mark? Second seed. Exploring has been slow. I can only move for maybe a few minutes at a time before I have to rest. My supplies are running low and I'm feeling weaker by the hour. The only progress I have made is finding a strange door with markings on it that I've ever seen. There appears to be something on them missing as they are confounded by attempts at getting through. I have to study this further in order to make any progress that I can keep awake. I'm fairly certain that the key to the door involves the use of the broken skull blade. When swinging the weapon I notice a ribbon of mystical energy emerging from it. I think by swinging the sword in different direction it is possible to manipulate the ribbon and solve whatever puzzle this door presents. I hope to get well enough to put this to test soon. Each swing is a huge effort. Last entry! I lost track of time and my strength is fading. I can't even stand anymore. My wounds refuse to heal and my friend this tomb will become my resting place. If anyone finds this channel, please send these notes to my superiors at the East Empire Company and tell my... Fuck off! And tell my wife that I love her. May Akai guide me to my final rest. Okay. Well. So. Tragisch. Nur verstehe ich nicht, warum die hier nur zu zweit reingegangen sind, ne? Und scheinbar keinen Kontakt zur Außenwelt hatten während des Ganzen. Also das macht in meinen Augen keinen Sinn. Ich werde eine... Ich werde da glaube ich eine zu große Pussy. So. Okay. Gut. Dann legen wir mal den Bloodscrawl an. Wie war das? War das? Hier war das glaube ich, ne? Jawohl. Jawohl. Hm? So. Jetzt horizontaler Swing. Noch ein horizontaler Swing. Und jetzt will er wieder vertikal. Okay. So. Dann müssen wir das da oben entgegen zielen. Ah. Ups. Ne. Well. Das ist auf jeden Fall mal ein interessantes Fuzzle, was sie hier eingebaut haben. Und ich sehe wieder den Boden nicht. Das ist sehr schlecht. Oh. Mal Gonnaen. Ah. Oh! Gut, dass die da hinten scheinbar nicht durch die... Hm, ok. Ich habe ein schlechtes Gefühl darüber. Aber wir werden uns hier erstmal umgucken. Bevor wir irgendwie was aus Versehen triggern. Wie einen Drachenpriester. Ich habe einen Drachen. Ich habe einen Drachen. Ah! Ah! Okay. Okay Drachenpriesterchen, yes indeed Increases shock resistance and shock spell damage bei 25% What? Haha, what a loss 2 Gold Dragon aspect Okay So, ja, ich würde sagen Wir werden es nochmal fix hinten noch zu dem Buch hinbegeben Achso, das sind die Pfeile Und dann werden wir die Folge mal bänden Denn in dieser Folge werden wir das Buch nicht mehr anklicken Oh, hier sind auch noch mehr Schätze Die looten wir auch fix noch in dieser Folge Oh Oh Das Buch wiegt glaube ich auch noch Auch noch ein bisschen Also, hm Na gut, jetzt haben wir auch wieder noch ein bisschen Gewicht gewonnen So Okay Speichern wir die Suppe mal ab Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Bye, bye